So, wir haben jetzt noch was, was wir gerne vorführen wollen, und zwar als Fräseraufsatz, so ein Dürstchen, mit dem man Nagelränder sauber machen kann. Bevor man dann die Farbe aufträgt, dann ist aber auch wirklich alles sauber. Superschön, ist auch ganz angenehm. Am Nagel. Toll ist, dass man es desinfizieren kann, das Bürstchen. Ja, das ist super. So, dann ist jetzt aber auch wirklich nichts mehr. So, jetzt ist es... Untertitelung des ZDF, 2020